Seit Generationen bewegen wir Menschen. Jetzt sind sie mit uns so nachhaltig unterwegs wie nie zuvor. Denn mit einer neuen Generation von Schindleraufzügen liefern wir umweltbewusste Mobilität für nachhaltige Gebäude und für eine grüne Zukunft. Dafür sparen wir Energie, wo es geht. Mit Aufzügen, die Pause machen, wenn unsere Fahrgäste Pause machen, aber sofort da sind, wenn sie gebraucht werden. Mit LED-Lampen, die energiesparsam Licht ins Dunkel bringen. Mit modernster Technologie. Bremst ein leerer Aufzug beim nach oben fahren oder ein voller beim nach unten fahren, wird Energie rückgewonnen und bis zu 30 Prozent Strom gespart. Nachhaltigkeit ist bei Schindleraufzügen mehr als nur ein Zwischenstopp. Nachhaltigkeit ist das Ziel.